Ja, ich denke, dass mir das Spiel von Thun richtig entgegenkommt mit meiner Spielweise. Ich habe auch im Nachwuchs seit 2021 alle Heimspiele auf der Kunststrasse gespielt. Und ja, mein Kurzballspiel wird sicher besser laufen auf dem Platz, wenn er bewässert ist. Was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen Natur und Kunststrasse? Ja, auf der Kunststrasse ist natürlich alles viel schneller, der Ball läuft schneller und es hat ja keine Löcher im Boden. Darum läuft der Ball einfach besser und schneller und die Qualität ist einfach höher. Vorteil für Thun? Ja, das würde ich nicht gross sagen. Nein, also es ist für beide etwa gleich.